Hallo und willkommen zurück auf Meridian, dem mittlerweile zwölften Tag unserer Mission gegen die Tyranniden. Wir haben in der letzten Mission einen Liktor besiegt, der Meridian unsicher gemacht hat und damit ein bisschen Hoffnung für das Volk Meridians gebracht. Allerdings hat sich auch aufgetan, dass unsere Space Marines sich untereinander nicht ganz so grün sind, wie man sich das immer so vorgestellt hat. Und ja, in der heutigen Mission geht es gegen die Eldar erneut. Und da kann ich gleich mal hier direkt Thaddeus ausrüsten statt Cyrus, weil die Eldar meistens etwas fernkampflastiger sind und da macht Thaddeus natürlich im Nahkampf etwas mehr Sinn. Commander, Kapitel-Rekorde machen tatsächlich die Erinnerung, die der Eldar-Warlöcke bezeichnet. Sie ist ein Farseer, ein Wälder-Leader ihrer Menschen und mit dem gleichen Kraftwerk, der unsere Effizien während der Kronos-Kampagne verabschiedet hat. Idrin-El ist sicherlich der Leader der Eldar-Operationen auf Meridian. Die Tyranniden-Invasion geht alles über den Sektor, aber das ist unsere Möglichkeit, ein Ende der Eldar-Effizien zu stellen, um den Subsektor zu destabilisieren. Okay, das heißt, zumindest so wie es Evertus sieht, ist es hier der Endkampf gegen die Eldar. Schon alleine deswegen, weil wir jetzt Idranel von Ultwär, Ultwär ist ein Weltenschiff der Eldar, besiegen können eine Hexenanführerin, also eine Weidseherin, eine Hexenanführerin der Eldar, die auch schon gegen die Space Marines auf Kronos gekämpft hat. Beziehungsweise, was heißt, sie hat nicht direkt gegen die gekämpft, aber die Ultwär, das Weltenschiff Ultwär hat schon gegen die gekämpft. Und sie gehen davon aus, dass die Anführerin der Eldar-Operationen auf Meridian ist und dass sie damit hier die Eldar einfach einmal stoppen können. Damit könnte man ein Teleport-Pack bekommen. So, dann würde ich sagen, machen wir das doch auch gleich mal. Und los! Tie them down, blow them up. Use me the units to keep an enemy stationary, throw a grenade or demolition charge on them and then fall back at the last second. Gute Idee, einfach mit den Jumpjet-Jungs reinhüpfen, Granate hinterher und direkt wegspringen wieder. Los geht's! Bestes, schnell zu移ern. Jeder Moment hier gibt die Tyranid-Investition Zeit, um zu werden. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt hier schnellstmöglich wegbewegen. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach oben rechts. Was ist denn hier? Hier sind... Ach, das sind diese... Versorgungsdinger. Psst, Assault... Jump, bitte da. Ach, gegen wen habe ich jetzt natürlich die? Palsch in die Zunge bringen. Try to flank them! Destroy them! Forward, Devastators under enemy attack. Assault squad! Reposition, mark! Engaged by Eldar! Okay, das war jetzt irgendwie schlecht geplant. Aber wir können ja hier nochmal... Okay, das habe ich jetzt echt ein bisschen... Sehr schlecht gemacht. Tarka ist hier. Get to that position, brothers. Ja, kratzen wir mal einer auf hier. Ach, nee, gibt's gar nichts auszukratzen. Ich stelle mich heute an. Naja, war ein langer Tag. Gut, dann... Ja, da kann ich mal schauen, ob ich vielleicht eventuell da runterkomme, weil damit könnte ich... Äh, nein, 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 nein... Vielleicht kriegen wir den hier geknackt... Die Jungs müssen schnellstmöglich da rüber. Die blenden wir hier gleich mal. Dann sehen die nämlich nicht mehr so viel. Ich könnte den auch hier direkt mit der Melderbombe zahlen legen. Purged. Ja, wir, ähm, töten nicht, wir läutern. Iron Fist, das sieht aber noch Terminatoren aus dann später. Hm, interessant. So, ziehen wir unsere Jungs mal alle hier rüber irgendwie. Ja, ich, äh, mach das jetzt irgendwie nicht so geschickt. Schuss. Eldar, be alert. How can we tactical squad reposition it? How can we reposition enemy troops? This is right away, Commander. Come on, aliens! So, springen wir doch mal. Thaddeus ist hier! Wir werden getötet! Unter Suppression. Thaddeus ist hier! Destroi sie! Wir haben schwerer Verlust. Wie ist das denn hier schon wieder passiert? Eldor! Klipp und engagiert! Taktische Squad! Feuer! Feuer! Der Arcovitus ist unter Attack! Wir haben hier! Ihr erfordert! In der Fall! Hier! Das sind so viele! Komm! Meterbombe! Und weg! Der Arcovitus ist unter Attack! Der Arcovitus ist unter Attack! Taktische Squad! Der Arcovitus ist unter Attack! Folle Marien! Der Arcovitus ist unter Attack! Der Arcovitus ist unter Attack! Wir können die jetzt nicht wieder... Der Arcovitus ist unter Attack! Das ist schon wieder so nervig! Ach ne! Irgendwie komme ich gerade nicht klar! Assault-Marien! Der Arcovitus ist unter Attack! Der Arcovitus ist unter Attack! Der Arcovitus ist unter Attack! Das ist großartig! Okay! Dann wir gehen. Wir gehen! Wir gehen. Wir werden uns für die Siehe und derfinifikation. Der Arcovitus ist unter Attack! Ne, nicht meine Mission, hä? Dann komme ich aus der Distanz nicht hin. Oh, 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 oh. Raus da. Okay, da muss ich jetzt mit dem Pferd jetzt... Okay, das müssen wir jetzt hier dringend einnehmen. Oh, 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 oh. Ach, machen wir es ganz einfach. Einfach rein, grenaden und fertig. Kommt der Thaddeus noch irgendwie hierher? Oh. 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 Na? Und er raus. Vielleicht können wir damit die hier wegbekommen. Ach, jetzt ist mir der Ferdi jetzt schon wieder draufgegangen. Geht ihr jetzt auch mal weg? Oh oh. Nein. Hey. Oh, du bist ein Devastator, Bruder. Hey. Ja, ich werde auch immer stiller, weil ich einfach wirklich mich konzentrieren muss hier, weil ich mich hier, wie man gerade sieht, alles andere als mit Ruhmbeklecker. Das ist keine gute Partie jetzt gerade. Das hätte man, äh, gelindig gesagt, besser anstellen können, das Ganze. Äh, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich kann jetzt hier hintergehen, oder? Ähm. Irgendwie finde ich, ist das mit dem... Oh. Tactical. Die Jungs hier hin. So, kommen wir hier oben hin. Okay. Der läuft hier hin. Tactical Squad mit der einmal vorrücken. Ach. Oh. Wehe, die Mörder. Deine Orte. Das ist fertig. Geht an. Geht an. Hier ist so die Macht des Menschen. Okay, da werden sie schon abgeschlachtet. Es ist fertig. Geht an. Tag, zurück zu dieser Position, Bruder. Hm. Ich denke, das sollte irgendwie safe sein. Ihr kriegt doch sicher eine Granate darüber. Ja, genau so muss das sein. Ach, ich bin immer, immer wenn ich mit Thaddeus spreche, wie er spielt, dann sagen wir, ich habe mich schon besser angestellt. Das ist immer so eine Sache mit Thaddeus. Ich finde es zwar immer cool, dass sie so reinjumpjetten können, aber ich habe einfach lieber hinten. So ein bisschen Supportfeier. Na, na, werde ich gar nicht angegriffen. Was ist da los? Ist immer was Neues. Okay. Die Tactical Marines hier hin. Die Assaulter können eigentlich direkt hier hochhüpfen. Hm, cool, jo. Ja, wir sind in. Wir müssen sie hart, wir müssen sie schnell hochhüpfen. Die verteilen sich jetzt hier alle mal bitte. Und ich hoffe, dass das, das wird wahrscheinlich jetzt ein, ja, das wird wie so ein klassischer Arena-Boss-Kampf und ich muss es wahrscheinlich einfach nur schauen, dass ich die... Oh, oh. Oh, oh. Also noch ist der Boss nicht gespawnt. Ja, ihr habt ein Scharfschützengewehr, aber ich habe einen Raketenwerfer, wenn ich damit treffen würde. Okay. Jungs, wollt ihr vielleicht drauf schießen? Ihr sollt das Ding nicht streichen. Also ich glaube... Beweirat ihr Sorcery, keep your distance! Äh, keep your distance ist nicht so toll. Das sind genau die falschen Leute, die ich dafür anruhe. Ja, jetzt kriegt sie, jetzt kriegt sie hier die Bolter, die schweren Bolter ab. Ja, die Jungs könnten nämlich gar nicht so viel was anderes machen als hier... ... 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 Oh, jetzt ist er echt wirklich nur noch... Hey, der hat die gewonnen, Hildar. Was ist denn hier los? Versuchen wir mal sie zu blenden. Hm. Nicht ganz so spektakulär, das Ganze. Boah. Das ist doch... ...nervig. Boah, die verreckt einfach nicht. Ich... Ich hab echt die falsche Bewaffnung für sowas mit Knommen hier. Hm. Nein, lafek, lafek. ... 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 Die jetzt auch mal ins Gras, hey. Ach, furchtbar. Der kann aber auch irgendwie die nicht taunen, das finde ich irgendwie blöd. Der gibt auch irgendwo in der Gegend rum hier, wo er echt keinen Strahl sieht. Der macht sie halt platt. Raus? So, bitte wieder eine aufkratzen. Ich muss sich auch noch eine Granate schmeißen. Kommt und bam, zerlegt sie. Ich glaube, das war die richtige Zeitpunkt, das zu benutzen. Zerhex-zackstückt sie. Den ich gehört. Die Anime muss dieien. Ja, und da wird er zerschnetzelt. Ey, wie, der die echt allen Ernstes todesmutig teilt. Der ist echt mutig, der Typ. Der ist einfach mal gerade voller Möhre direkt in die Gegend gelaufen. Also direkt in den Flammenstern. Ich wünsche, ich könnte aber einen Avertis da rausbekommen. Bange machen ist nicht. Ich wünsche mir, ich habe dieses Dallianz-Humans genutzt. Ich kann sogar dich missen, wenn du Asch und Cinder bist. Asch und Cinder. Tyranids dragen die Welt des Lebens. Sie werden sie nicht verbraten. Klugscheißer. Zeal und Fury sind mit der Glückwunsch. Aber was eine schlechte Partie, hey. Aber ich habe ein Teleport-Pack bekommen. Ja, das hätte definitiv besser laufen können, das Ganze. So kriege ich meine Level-Ups auf 10 auch nie zusammen. Außerdem hätte ich jetzt gerne mal den, den... ...den Dreadnuff. Ich bin mir sicher, der ist doch richtig geil. Die alien-Werche hat erlacht. Sie riecht an uns, während unsere Welt sterben. Kommander, ich spiele dein Sergeant's Frustration, aber ich habe viel größer News. Ich habe endlich bekommen die Master Control Codes für Angel Forge und habe sie zu deinem Land und zu Captain Angelo's Flie. Ich glaube, es ist zu lange, dass es dir gut ist, aber. Ein weiterer Tyranid-Warm ist in die Forge-Arie. Massive, die Städte schützen die Richtung zu der Forge, aber die Imperial-Guard-Förse, die da sind, sind überrascht. Ihr Delaying in Politiken hat uns alles verletzt, DeRosa. Wenn so, dann bin ich sicher, dass mein Ende sein wird, wie verrückt, Sergeant. Ich wünsche mir nur das gleiche von Governor Vandis. Was meinst du? Ich mache keine Entschuldigung für meine Fehler, aber ich habe mich in der Lage, um diese Codes für dich für Tage zu bekommen. Der Governor hat mich einfach zu verlassen, und dann hat mich nicht zu antworten. Wenn ich endlich mit den Haus-Vandis-Soldern, um seine Haus-Vandis-Soldier zu retten, habe ich gefunden, dass er das Meridian-System verlassen hat, für einen privaten Retreat, drei Sektoren entfernt. Ich habe die Codes für Angel Forge, aber... Du hast einen wirklichen Risiko, Administrator. Sie können dich für treten, wenn der Governor zurückkommt. Der Governor Vandis-Soldier hat sich verletzt, und hat den ganzen Sektoren zu sterben. Ihr Kommandor ist hier, kämpft, um ihn zu retten. Wenn es nicht, ich war viel zu langer, um zu sehen, wo meine Loyalte gehörte. Ich glaube, sie hat sie verloren verloren. Sie sollte sein, dass sie eine Frau von der Krieg. Jetzt mögen sie es. Ja, nochmal als Zusammenfassung. Die Farseerin von den Eldern hat sich einfach mal aus dem Staub gemacht und hat gemeint, ich werde euch fast schon ein bisschen vermissen, wenn ihr da nur noch Asche und Staub seid. und... Ja, die Administratorin hier hat jetzt endlich die Zugangscodes bekommen und der Administrator, der Gouverneur des Sektors hat sich einfach mal aus dem Staub gemacht, drei Sektoren weiter, weil er natürlich Schiss hat, weil er ganz genau weiß, dass sie hier nicht funktioniert. und sie ist natürlich rechtschaffen angepisst darüber, weil so halt nicht. Und sie musste... Also im Prinzip wäre das Verrat, was sie gemacht hat. Allerdings ärgert es ihr egal, weil sie will eigentlich bloß... Also sie ärgert es, dass sie da bei der ganzen Geschichte sogar noch mitgemacht hat und uns aufgehalten hat, während wir hier eine Entlastung hätten sein können. Und ja... Avetous findet die Dame jetzt ziemlich cool, weil er sogar meint, die könnte sogar eine Sister Sororitas sein. Das sind, ich nenne sie die Kampfschlampen des Imperators. Das ist so eine super Elite-Einheit im Imperium. Teleport Pack... Das ist nur für den Commander. Finde ich jetzt nicht so cool wie Unverwundbarkeit. Aber vielleicht kriege ich jetzt, wenn ich noch die ein oder andere Sache spende. Armer Rating, Range Damage Resistance... Kann eh nur er machen. Und ja, schauen wir mal noch, was braucht... Haben wir denn hier noch 3% Accuracy? Braucht auch keiner. Melee Damage können wohl Thaddeus und seine... Vielleicht könnten Thaddeus und so seine Leute das bekommen. Melter Bomben. Ja, ihr kriegt mehr Mini-Damage. Bessere Boltpistolen haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. Dann nehmen wir hier den... Genau, den. Den schweren Bolter wieder mit. Und damit hoffe ich, dass die jetzt ein bisschen mehr aushalten. Hä, cool, die Unwavering Fury und die Armor of Victory sind genau für den Stats das gleiche. Cool, jo. Okay. Ich hoffe, ich kriege bald immer mal eine Terminator-Rüstung. Joa, damit haben wir auch schon wieder eine relativ lange Folge. Er hat echt keine... Frostkommando und Thaddeus können die benutzen. Allerdings halt auch erst auf Level 10. Gehen. Okay. Gut, dann war's das schon von mir für heute. Das nächste Mal scheint es gegen die Orks zu gehen. Ich gucke jetzt noch mal kurz auf die Planeten. Uh, Calderus ist schon ziemlich überrannt. Typhon Primaris ist noch nicht ganz so... Als nächstes sollte ich mal nach Calderus gehen. Obwohl, na, eine Mission machen wir hier noch auf dem Ready. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.